Willkommen. In diesem Video werden wir die Logik der Entscheidungsfindung beim Trading auf Basis der Multi-Chart und Cluster-Chart-Volumenanalyse zeigen. Ich werde meine heutigen Trades zeigen, aber zuerst werde ich die Vorgehensweise erklären. Zuerst analysiere ich also den Multi-Chart und identifiziere die aktuellen Trends im Marktverhalten. Auf dem Multi-Chart können wir die Dynamik eines jeden Tages sehen. Bei mir sind es insbesondere die letzten fünf Handelstage. Sie können die Farben und Daten einstellen. Lassen Sie uns also gemeinsam analysieren, wie sich die letzte Woche entwickelt hat und das aktuelle Muster erkennen. Schalten wir alle Tage außer dem heutigen und dem letzten Mittwoch aus. Was wir also sehen, ist, dass der Markt etwa nach 10 Uhr den Abwärtstrend bildete und nach oben ging. Dann der Donnerstag. Es ist ungefähr derselbe Trend. Der Markt erreichte den Boden um etwa 9 Uhr und 30 Minuten und ging nach oben. Freitag. Der Tiefpunkt wurde etwas später erreicht, um 10 Uhr und 30 Minuten. Aber die Dynamik ist in etwa die gleiche. Am Montag ging es dann ein wenig aus dem aktuellen Trend heraus, aber es gab auch einen Wachstumsversuch, etwa um 10 bis 10, 30 Uhr Chicago-Zeit. Und Dienstag. Auch hier sehen wir das Wachstum ab dem Niveau von 10 Uhr. Das heißt, wir können bereits das Muster des Beginns des Aufwärtstrends nach Erreichen des lokalen Minimums um 10 Uhr bis 11 Uhr erkennen. Beachten Sie also, dass wir nur an der Hauptsession von Chicago interessiert sind. Sie dauert von 8.30 bis 15 Uhr. Die Gradienten kennzeichnen die erste halbe Stunde des Handels als die volatilste. Analysieren wir nun die erste halbe Stunde des Handels gesondert. Es ist festzustellen, dass die Tendenz besteht, die untere Grenze des Kanals zu halten, der sich in der ersten halben Stunde des Handels und des anschließenden Anstiegs gebildet hat. So war es letzten Donnerstag. So war es am Freitag. Am Montag hatten wir eine andere Entwicklungsdynamik. Und so war es auch gestern, das heißt am Dienstag. Es gab auch einen Halt, aber hier gab es einen komplizierten Fehlausbruch. Aber die Idee ging dann von der lokalen Ebene aus. Wir haben also zwei Szenarien. Das erste ist der Kauf von der unteren Grenze des Kanals der ersten halben Stunde des Handels. Und das zweite Szenario ist der Kauf bei der Korrektur um 10 Uhr bis 11 Uhr Chicago-Zeit. Aber dieses Szenario allein ist nicht ausreichend. Das aktuelle Bild, das aktuelle Gleichgewicht der Kräfte auf dem Markt, sollte auch in unser Szenario passen. Und das ist im Grunde die Hauptidee. Alle Puzzlesteine müssen zusammenpassen. Und dann analysieren wir die Clustercharts. Dies ist der Stundenchart auf der rechten Seite und auf der linken Seite der Clusterchart, der Minutenchart. In der heutigen Session sehen wir also, dass wir ein Schlüsselniveau unter dem Traumwert 44,0 haben und bei der Markteröffnung haben wir uns diesem Level genährt und einen Retest gemacht. Und somit passt das aktuelle Bild vollständig in unser Ausgangsszenario. Also, wir haben eine Markteröffnung um 8 Uhr und 30 Minuten. Das Volumen wurde hier ausgeschaltet. Kumulationen. Und irgendwann hatten wir auch einen Volumenausbruch genau bei unserem Schlüssellevel von 44,00. Und irgendwann beschließe ich, eine Longposition einzugehen, ohne eine Konsolidierung auf dem Minutenchart abzuwarten. Wir haben Volumen zum Preis des Levels, Volumenakkumulation, und dieser Tret endete mit Breakheven. Außerdem hielt der Markt dieses Niveau, das durch das Volumen bei der Markteröffnung gebildet wurde. Von diesem Niveau aus habe ich gekauft. Dieser Handel wird mit einem Verlust enden, aber dennoch hat das Szenario für mich funktioniert und der Markt, insbesondere unser Stundenlevel, ist gestiegen. Nächste. Wie können wir sonst in den Markt einsteigen? Wie können wir Einstiegspunkte finden? Die VWAP-Linie ist dabei eine große Hilfe. Und sie funktioniert genau dann gut, wenn der Markt das lokale Level durchbricht, wenn er über die VWAP-Linie steigt und zum Rätis zurückkehrt. Außerdem hatten wir auf dem Clusterchart Volumen und ein lokales Level, oder besser gesagt die Grenze der lokalen Spanne. Der Markt durchbrach diese Zone und kehrte zurück, um die VWAP-Linie und das lokale Niveau erneut zu testen. Und hier habe ich eine Long-Position eröffnet. Die Gewinnmitnahme erfolgte auf dem Niveau der höchsten Volumen von letzter Woche, vorletzter Woche und gestern. Es gibt hier eine ganze Reihe von wichtigen Niveaus. Und genau hier habe ich die Position bei einem Verhältnis von 4 zu 1 geschlossen. Und dann begann der Markt, Volumen herauszunehmen und das maximale Volumen von gestern zu halten, die POC-Linie des letzten Tages. An diesem Punkt kehren wir wieder zum Multichart zurück und stellen ein weiteres Muster fest. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass der Markt gegen 9 bis 9.30 Uhr aktiv vom lokalen Tageshoch abprallte. Betrachten wir wieder jeden Tag einzeln. Am Mittwoch erholte sich der Markt vom lokalen Höchststand. Der nächste Tag, Donnerstag, war ebenfalls eine Erholung. Am Freitag gab es ebenfalls einen Abprall, allerdings etwas schlauer, mit einem falschen Zusammenbruch. Montag ebenfalls ein Abprall. Und Dienstag auch ein Bounce, aber ein wenig früher. Zusätzlich zu diesem Szenario haben wir einen Grundgedanken. Dies ist der Höchststand vom Vortag. Und wir können sehen, dass sich hier das Volumen vom Schluss der letzten Sitzung angesammelt hat. Der Markt ist also zurückgekommen, um dieses Niveau erneut zu testen. Ich beschloss, hier eine Short-Position einzugehen. Mein erstes Ziel war der Preis dieses lokalen Niveaus, auf dem sich das Volumen befand. Mein zweites Ziel lag bei der VWAP-Linie. Den ersten Teil der Position schloss ich mit Gewinnmitnahme und den zweiten Teil nahm ich zum Brekheven heraus. Der erste Teil lag bei 3 zu 1 und der zweite Teil beim Brekheven. Dann kehrte der Markt um. Wir hatten Volumen auf Laus. Wir testeten die VWAP-Linie. Und auch dann gab es einen großartigen Einstiegspunkt für einen Long-Kurs auf dem Niveau des maximalen Volumens der letzten Sitzung. Und der Markt kam wunderbar nach unten. Wenn wir also die neuesten Markttrends mit Hilfe von Multicharts identifizieren und sie mit der Analyse von Clustercharts, VWAP-Linien und maximalem Volumen kombinieren, können wir eine sehr effektive Strategie entwickeln und uns einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern verschaffen. Das wäre alles. Folgen Sie dem Kanal. In den nächsten Videos werden wir Ihnen zeigen, wie Sie die Volumenanalyse effektiv im Markt einsetzen können. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.